einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zurück zu commando hero 2 first blood und zwar das kennen wir ja nur hier haben wir eine neue mission finde ich richtig geil es hat eine weiche gedauert bis ich die kraft habe was los ist und jetzt gehen wir also ab und machen diese mission mal so jetzt nehmen wir mal die das ist unglaublich ich treffe volle knäcke und es gibt jede menge böse buben nochmal wir machen jetzt das anders da und zwar nehmen wir dieses gerät hier das ist definitiv sauber voll erwischt die sau es ist echt zum heulen ja was dann ach da oben steht okay 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 ist in Ordnung so nochmal der ganze so 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 Ich bin normal. Das ist nicht einfach. Der bringt sich selber um da hin. Er hat voll getroffen. Und die Gleiser. Unstuffed. 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 Jetzt müssen wir nur hin und auf. Zauber erwischt! Ja wie geil ist er denn? Schau mal, ich will erst einmal kurz da hoch. Der hat doch bestimmt... Nee, hat er nicht. Also so wie ich das sehe, haben wir noch eins, zwei, drei, vier... Ja, Mann! Ich glaube, ich muss doch hoch. Das ist, weil der nicht durch den Zaun durchschießt, das ist nichts zu tun. Der hat voll getroffen. Wieso? Ey, ach, Alter, ey. Ja, nimmst du das? Halleluja, ist so gay. Unser. 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 Volldrefer. Unser. 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 Okay. Jetzt sagen wir gehen erst einmal hin hinein und dann gucken wir mal weiter. Dann würde man von der Oberfläche irgendwie noch einer abschießen können. Gut noch einmal. Der schiebt jetzt nicht. Kannst du mal was mit? Nein, nein, nein. Ei, ei, ei. Ui, was mach ich denn? Nein, nein, nein. So, ambo. Uli, wakars. Ich brauche eine Waffe. Es ist echt zum Heulen. Ich brauche eine Waffe. Das Wuppys hier. Ich kann ja wohl nicht angehen, dass das Arschloch. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir haben noch drei Mann. Entschuldigung, zwei Mann. Noch einer. Schauen wir mal. 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 Schauen wir mal.